Södele, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich muss erstmal ganz vorab sagen, ganz vorab, idinahui, I don't know. Ich wollte nochmal ganz kurz vorab sagen, dass dieses Video wirklich das allererste Video auf diesem Kanal sein wird, wo es 0% darum geht, um euch zu unterhalten. Es geht in allererster Linie darum, dass wir wirklich den Fokus auf das werfen, was in naher Zukunft ansteht, beziehungsweise kurz vor der Tür steht und darüber hinaus, dass auch jeder Mensch, der sich daran beteiligt, auch ein gutes Gefühl im Bauch hat, dass er sich nicht denkt, oh ja, soll ich jetzt diese 5 Euro donaten? Ich habe ja keine Ahnung, ob Mitashi sich da von ein Mac-Menü holt. Also ganz kurz, ein wirklich, naja, sagen wir nicht ganz kurz, ne? Ich möchte so viele verbummste Infos raushauen wie möglich, aber ich probiere damit zügig von dann zu ziehen. Okay, erstmal vorweg, für Leute, die mich nicht kennen, hi, ich bin Mitashi12, ich bin ein etwas anderer Streamer, schon dreimal gebannt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, aus meiner Reichweite auch vielleicht mal ein bisschen was Positives für andere Menschen zu ziehen. Ergo ist das unser, glaube ich, drittes, drittes oder viertes Spenden-Event, I don't know. Und wir haben bis jetzt immer der Deutschen Krebshilfe gespendet und sind bei einem knappen Spendenwert insgesamt von 40.000 Euro, welches meine Community und ich zusammen sammeln durften. Und dieses Jahr wollten wir es einfach auf eine komplett andere Ebene schmeißen. Ich habe ein bisschen mehr im Voraus mit Sponsoren im Sinne von Werbung gesprochen. Ich habe mit anderen Streamern gesprochen. Ich mache generell für das Event, weil letztes Jahr war es relativ spontan, ich mache generell für das Event jetzt schon, glaube ich, Werbung seit einem halben Jahr. Und ich möchte einfach, dass wir mit der Community alles rausholen, was Menschen möglich ist, um dann auch etwas zu erreichen, was andere Communities nicht erreichen. Und ich denke, das können wir schaffen. Wie gesagt, es ist genau das gleiche Spendenziel wie damals. Deutsche Kinderkrebshilfe mit dem Augenmerk auf Kinderkrebs, wenn man das so nennt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte daraus jetzt auch legit kein Hehl machen, auch wenn ich shredded aussehe als Shit. Krebs ist allgemein eine super, super schlimme Krankheit, eine super schwierige Krankheit. Aber vor allem, wenn es um Kinder geht, ey, manchmal kann ich deswegen nicht schlafen. Real Rap. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch einfach irgendwas mal hittet, so abends vorm Schlafen geht, wenn ihr euch über irgendwelche Sachen Gedanken macht, so. Und wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt, dass Kinder, die sozusagen noch gar nicht Teil von diesem Leben waren bisher, dann auf einmal an sowas erkranken, boah, da bleibt mir der Klo stecken, so. Und deswegen dachte ich mir, Jungs, wenn wir irgendwas nehmen, dann legit in meinen Augen das Schlimmste. Und wir werden uns wieder für Kinderkrebs einsetzen, Kinderkrebshilfe. Auf jeden Fall wollte ich euch von vornherein sagen, wir haben unzählige wunderschöne Gäste dabei. Wir haben so viele wunderschöne Gäste dabei. Erstmal fangen wir mit dem Man himself an, MickyTV. Der wieslige Dax, the motherfucker man, der wird mit mir zusammen einen Werbemillionär Abend machen, wo wir gegeneinander antreten und wer dann gewinnt mit seinem Intellekt, der darf dann was entscheiden, was machen, whatever. Aber es ist natürlich alles für den guten Zweck, kein Wetteinsatz, kein, ihr wisst schon, was ich meine. Darüber hinaus spiele ich zusammen mit dem lieben Fanatic Hanky, my man, erst vor kurzem noch Geburtstag gehabt, nochmal hier, alles gut und nachträglich. Ich werde mit dem Fanatic Hanky eine Runde COD spielen. Ich weiß nicht, ob da schon wieder ein neues rauskommt, ein altes, whatever, ich werde das erste Mal in meinem Leben COD spielen. Okay. Dann G-Time, der junge Mann, bekannt für seine Gabe in Minecraft. Wir werden zusammen Minecraft spielen. Holy shit, ihr habt richtig gehört. Wir werden, ich werde zusammen mit G-Time zu wie ein bisschen, muss auch mal sein. Ich bin offen für alles, vor allem darum, wenn es darum geht, einfach was zu zocken. Ich und G-Time werden zusammen ein bisschen Minecraft-Hunting gehen. Darüber hinaus habe ich den lieben Gengiz dabei von Ape Crime damals. Ich bin, wo er das erste Mal mir geschrieben hat, wie so ein kleines Mädchen. Oh, geil. Und jetzt sind wir so ein bisschen aneinander geraten und er gesagt hat, wir wollen zusammen was spielen. Maybe it is League, vielleicht auch Mario Kart, whatever. Hauptsache wir haben Spaß, Hauptsache euch geht es dabei gut und Hauptsache wir kriegen was in die Welt rein. Wisst du, was ich meine? Dann natürlich unter anderem auch noch meine, meine Muchachos, meine Freunde, Kimu, Kraft, Naikai, Sebsen, die ganzen Leute, die mit mir hassen, für einen guten Zweck. Wisst ihr, ich meine, die Leute, die für mich hassen, wir werden zusammen WoW spielen, Transmog Compilations, whatever. Hauptsache wir machen was, was euch Spaß macht und können daraus einen Nutzen ziehen für die Leute, wo wir hinspenden. Also was das anbelangt, seid gespannt und wir werden das ganze Event auch noch abschließen mit einem, mit einer, mit einer musikalischen Einlage von dem lieben Jan Hegenberg. Also seid gespannt, es wird absolut clean. So, das sind unsere Gäste. Das ist das, was ihr euch warten könnt. Eine Vielzahl an Spielen, viele coole Leute. Ich, hallo. Und ja, die Infos. Ich würde sagen, wir starten erstmal allgemein mit den Infos. Erster, Dritter, meine Damen und Herren, am Montag. Das müsste, glaube ich, knapp in, ist es in einer Woche? Ne, wir haben, wir haben Mittwoch, Entschuldigung, ich bin Streamer. Ich weiß nicht, dass draußen die Sonne scheint, okay? Also, 1.3., Montag, der 1.3., ab 10 Uhr startet das Event. Sobald dort das erste Mal der Stream live geht, ist der Donation-Button ausgetauscht. Das heißt, ihr könnt mir keine Spenden mehr zukommen lassen für mich, sondern nur noch für den guten Zweck. Und das wird bleiben bis zum 1.4. Das heißt, egal ob ich online bin, offline bin, whatever, der Donation-Button bleibt bis zum 1.4. dort und ihr habt keine Möglichkeit, mir Spenden zukommen zu lassen. Ich möchte vorweg sagen, dass die Streamer, die bei mir als Gäste sind, nicht alle zu 100% bei dem Event mitmachen. Sprich, für jemanden, der jetzt noch neu auf Twitch ist, kann sein, dass einer von denen nicht mal einen Spenden-Button hat. Müsst ihr halt drauf schauen, okay? Darüber hinaus, was ich sagen wollte, ist, ich weiß, viele Leute werden das nicht so annehmen und das ist auch vollkommen okay, aber es gehen nur die davor gesehenen Donations dahin. Wer über den Spenden-Link spendet, wird dahin weitergeleitet und dieses Geld wird gesammelt. Subscriptions und Bits, die von Twitch gehandhabt werden, zählen da nicht mit rein. Es gibt dafür diverse Gründe. Ich möchte da jetzt auch nicht alle ausschmücken, aber vor allem erstmal kommt das Geld von Subs etc. pp. anderthalb, zwei Monate später an und ich habe keinen Bock, das da reinwirken zu lassen. Das heißt, die Leute, die wirklich nur dafür spenden wollen, ich werde es mehrere Male on-Stream sagen, damit da auch kein Fehlverhalten auftritt, whatever. Und ihr kümmert euch einfach darum, dass wir das hinkriegen. Aber ich werde es auch oft genug sagen, macht euch da keinen Stress. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich will mich daran bereichern. Okay? So. 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 Und der Punkt, den ich auch noch persönlich selber damit reinbringe, ist folgender. Ich werde ab dem 1.3., soweit der Stream startet, ein Tweet posten auf Twitter, wo ich einmal ganz kurz, wirklich nur mit so drei, vier Wörtern das Spenden-Event erkläre. Dann meinen Twitch-Link reinposte und unten erwähne, dass jeder Retweet, den dieser Tweet bekommt, spende ich 10 Cent für den guten Zweck. Bis zu einem Maximum von 100.000. Das heißt, wenn wir alle zusammenarbeiten und das machen, bin ich bereit, zehn Riesen mit draufzudrücken, je nachdem, wie weit wir kommen. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, der mich direkt zum nächsten Punkt bringt. Weil ich weiß, dass viele Leute aus der Community oder auch fremde Reisende, die gerade auf dem Weg sind, das Video einfach nur random gucken, dass jeder von denen auch nicht selber, versteht ihr was ich meine, die haben selber nicht genug Geld, warum sollten sie es teilen? Und genau hier kommst du ins Spiel. Junger Mann, junge Dame, junges Kind, na Kind, egal, wenn deine Eltern nicht alleine hier hingelassen haben, du bist verloren, spiel kein Fortnite. Aber, wenn ihr kein Geld habt, ist das absolut fein. Holy fucking shit, ich weiß es besser als jeder andere Mensch, wie es ist, nichts zu haben, okay? Aber, ihr könnt was tun. Und darum würde ich euch bitten, wenn ihr Lust habt, muss keiner machen, aber wenn ihr Bock habt, das Event zu unterstützen und ihr habt kein Geld, könnt ihr folgendes tun. Erstmal, ich weiß nicht, Mundpropaganda, nennt man das so? Darum, ähm, Leuten davon erzählen. Mama, Oma, Opa, Hundchen, whatever. Einfach den Leuten davon erzählen. Guck mal da, hier der Twitch-Link, sowas. Einfach darüber sprechen. Dann, die Sachen teilen, wie zum Beispiel, hier dieses YouTube-Kommentar, äh, YouTube-Video. Liken und kommentieren. Dann bei, bei Twitter. Ihr könnt ja den Beitrag tweeten, könnt irgendwelche Leute drauf markieren, hey du, schau mal, hier geht es um krebskranke Kids, whatever. Also ihr könnt einfach nur, euch als Mensch, euer Mundwerk dazu benutzen, etwas zu schaffen und ich möchte euer Geld nicht haben, wenn ihr nicht in der Position seid, es abzugehen. Okay? Das möchte ich nur dazu gesagt sein. Jeder von uns kann gleichermaßen ein bisschen was tun, sowohl ihr als auch ich, wenn wir uns einfach das nehmen, was wir haben. Right? Also meine Damen und Herren, ich wüsste nicht, welche Fragen ich noch beantworten könnte, außer ein paar Ansagen. Natürlich wird es während der ganzen, während des ganzen Dings Giveaways geben. Wir haben unzählige Preise für die Leute, die Bock haben, mit uns was Größeres zu schaffen. Ich habe fucking Giveaways von da, von da, von da. Die Deutsche Krebshilfe ist vorne mit dabei, wird das Ganze teilen. Es ist also auch wirklich ein abgesegnetes Event. Sowohl Better Place TV hat ein eigenes, so wie das, was wir damals unterstützt haben, ein eigenes Spenden-Event nur für uns gemacht. Mit Tashi 12, Kämpfe mit Mit Tashi 12 gegen die, gegen Kinderkrebs. Ähm, die Deutsche Krebshilfe hat das Ganze abgesegnet, wird es natürlich auch noch posten, sobald es soweit ist. Und auch diverse Zeitschriften werden darüber berichten, whatever. Also es ist wirklich ein super, super cooles Ding. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, weil ich denke gerade nicht daran, aber falls irgendwelche Fragen offen sind, schreibt sie uns in die Kommentare. No joke, scheiß auf den Algorithmus, ich will keine Views haben, ich will nur wissen, was ihr noch wissen wollt. Dann kann ich das nämlich auf den Discord-Server schreiben. Okay? Unter anderem werde ich euch natürlich meinen Twitch-Link für die Aktionen hier drunter verlinken. Den Discord-Links für Giveaways, für Ansagen, für welche Streams, whatever. Und ich glaube, zwei Dinge habe ich zum Schluss noch. Einmal würde ich einmal ganz kurz sagen, wann die Streams live sind. Die Streams werden bis auf den Montag, weil das stream ich eigentlich nicht, immer live sein. Von Dienstag bis Donnerstag, sprich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann Montag und Freitag Pause. Also Montag Pause, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Pause, ganzes Wochenende. Also fünf Tage die Woche. Ich nehme das Wochenende super gerne mit rein, weil es ein ganz anderes Flair ist. Digga, wenn du am Wochenende streamst, die Leute sind heiß wie vorher. Und wenn die so heiß sind, wie die sonstigen Wochenende vorher und dann in Kombination mit einem Charity-Event, Jungs und Mädels, wir kaufen die Krebshilfe. Okay? Also das sind die Zeiten. Und darüber hinaus wollte ich euch einfach nur ganz kurz hier schon mal dafür danken, dass ihr es überhaupt in Erwägung zieht, das Video zu schauen, dass ihr es in Erwägung zieht, zu supporten, sei es mit dem Mund, sei es mit Kommentaren, sei es mit Geld, whatever. Dankeschön, dass ihr ein Teil dieser Community seid. Und ich glaube, dass wenn dieses Video live ist und der Monat rum ist und wir uns das Video in der Retrospektive angucken, können wir stolz auf uns sein, was wir geschafft haben. Jungs und Mädels, wie immer, euer Mitashi12. Tut mir bitte noch einen Gefallen zum Abschluss. Bleibt so, wie ihr seid, damit ich bleiben kann, wie ich bin. Wir sehen uns am 1.3. für die Deutsche Kinderkrebshilfe. Vielen, vielen lieben Dank und macht's gut. Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank.